Geht ab, meine Leute. Heute taste ich eine Frucht, die ich nie gegessen habe, nämlich die Dicci. Frisch gepellt, man muss einfach nur so die Schale knacken, hat mir meine Schwester beigebracht. Und jetzt werde ich sie probieren, aber ich habe sie noch nie gegessen. Hast du sie schon mal gegessen? Ja. Aber du darfst nicht alles essen. Das da drin liegt, ja? Nimm mal den Mund. Was? Alles, ja? Warum? Ja, probier mal. Aber warum darf man den Kerl hier nicht essen? Ja, den nicht. Weiß mal? Das ist wie so eine Kugel. Also schmeckt irgendwie komisch. Verlässt du? Aber die schmeckt gut. Also lasst einen Leiter, wenn ihr es gemocht habt. Auf jeden Fall schmeckt die Frucht geil auch. Tschüss. 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 Tschüss.